Hier ist Emil, Emil Puffe, dein Kompagnon aus der Legion, ja, lang ist es her, ja, pass auf, Jugendliche ohne Grundamt, ja, es ist ein Ferngespräch, ich habe nämlich, ich habe einen Job für uns. Was wollt ihr, Jake? Das ist diese Aftertrain, also jetzt rein! Ja, hallo, von der Müll, ich brauche zwei Original-Picasso, so mit dicken, fetten, nackten Weibern drauf. Sie wollen doch bestimmt Ihre Tochter wiedersehen, ne? Hauptsache es passiert meiner Tochter nichts. Achtung, hier spricht die Polizei! Ihnen scheint das Benzin ausgegangen zu sein. Wir brauchen Hilfe. Emil, wie hören die Häuser da zum Weiberbeck? Diese Häuser da sind Weiberbeck. Das war's für Sie! Hahaha! Ei, ich hab esse! Hör, hör. Oh, oh, oh! Ja, ich hab das gelieftet. Bis zum nächsten Mal.